Und Dago, gibst du ein Recht, das ist wirklich so, oder? Das ist eine reine Sicherheitsfrage, die vielen Ströme und Spannungen, da kann man schon mal, ob es geht von. Also es geht um Menschenleben, also die Leute, die das sehen werden, die werden feststellen, es ist nicht ganz ohne. Also hier gehen die Dritte auch mit lang, von oben nach unten, am Körper lang. Also hier ist wirklich nichts zu spaß mit, auch wenn es nach Spaß aussieht. Das ist wirklich pure Ernst, also hier geht es wirklich um Menschenleben. Und Dago riskiert wirklich alles. Aber nicht sein eigentliches Leben, nein. Ich habe bestimmt noch ein paar Jahre vor mir gemacht. Guck dir mal, also... Also beim Sprung der Blitz nicht aus den Fußspitzen rausschießt, das habe ich nämlich auch schon erlebt, und das tut wie. Okay. Okay, geht's? Alles klar? Also einfach das Ding, wo man hängt. Also bei dem Sprung der Blitz nicht aus demige Musik. Alles klar? Ich bin mit dir. Okay, geht's. Okay, geht's. Okay, geht's. Okay. Okay. Okay, geht's. Okay, geht's. Okay, geht's. Okay, geht's. Okay, geht's. Okay. Okay, geht's. Das war's. 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 Das war's.